Ja, hallo, willkommen zurück zu Super Metroid. Ja, jetzt hier sind wir jetzt in diesem versunkenen Schiff, oder was das auch mal ist. Ich war hier schon mal, das wisst ihr ja. Aber ich habe ja letztens was vergessen, weil da ist ja... wurde nicht richtig gespeichert. Ja, oben war ich schon mal. Moment, da gehen wir mal woanders hin. Hier gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Hier müsste der Speicherpunkt gewesen sein. Ja. Kennen wir aber noch nicht, weil wir noch nicht den Ding haben. Der Strom ist ja noch nicht an. Ah! So, gucken wir mal was wir hier haben. Oh! Die Geister nerven mal vor ein bisschen. Oh, ich bin hier nicht. Die Geister. Wie ist das? Das ist ja so, ich bin hierher. Woher? Ich bin hierher. Oh, ich bin hierher. Und ich bin hierher. Und rein. Oh mein Gott, wo war's noch hier? Ups! Ich muss doch da irgendwie durch, warte mal. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich weiß, dass ich wieder weiterkommos. Manu, wie kann ich jetzt da los? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh nein! Oh nein! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Na toll, Boss! Los geht's! Na toll! Blaue Flammen! Ich lad mal auf! Was zur Hölle?! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Pfff! Pfff! Ah, das stimmt! Ah, das stimmt! Ah, das stimmt! Warte! Ha, 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 ha! Der scheint nicht so schwer zu sein wie die anderen. Aber Kraid ist krasser! So? Nein! Haha. Ah! Oh, Mann. Yeah, Volltreffer. Verdammt. Yeah. Oh, shit. Komm schon, los. Ah, das müsste aber schon fast tot sein. Was ist jetzt hier? Der Todeste Viech. Damit ist der zweite Boss tot. Und der Strom scheint wieder zu funktionieren. Ja, ich habe es geschafft. Beim ersten Mal. Oh, der Strom funktioniert wieder. Cool. Jetzt kann ich auch hier den Dings benutzen. Oh, ist so cool. Detetail. Detetail. Detail. Map Access is complete. Ist ja nicht sehr groß. Es täuscht. Das würde ich jetzt mal sagen. Ihhh! Ach, die Dinger sind jetzt geöffnet. Boah. Mal hoch. Ja, jetzt komme ich hier rein. Cool, was ist hier drin? Ein neuer Missile-Container. Yay! Cool. Das ist ja cool. Jetzt kann ich 20 Stück davon tragen. Klasse. So, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Ich gehe jetzt mal speichern. Ich gehe jetzt noch nicht hin. Ich gehe jetzt wieder auf. Ich gehe jetzt hier hin. Ich gehe jetzt noch weiter. Und? Ja, ich möchte es selbst. Ich möchte es selbst. Ich möchte es selbst. Oh, jetzt gehen wir mal rein. Oh, was hier ist. Ah! Ah, was ist das denn?! Ihhh! Ihhh! Ich muss jetzt mal gucken. Was ist das für Fischer? Ah ja. Ops. Ne. Es ist zumindest schon mal. Jetzt kommen wir wieder die Welt rum, Piraten, ne, wie auch. Der kommt nicht rein, nur von der anderen Seite. Aua! Ach, der schießt von unten. Der schießt von oben. Aua! Ja, das ist wieder- Was hat welche? Was hat er wieder angeplant? Aukein. Oh? Das ist ein Reservetank, wo komme ich denn da hin? Gar nicht! Das ist ein Reservetank. Das ist ein Reservetank. Da haben wir. Das ist ein Reservetank. 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 Tschüss! Das ist ein Reservetank. Das ist ein Reservetank. Das ist ein Reservetank.